Stunden später. Wenn ihr Ausrufezeichen Gewinnspiel eingebt, dann seht ihr die Teilnahmebedingungen. Genau, Minderjährige dürfen nicht mitspielen. Dublo raus, Nacho raus, Aidu raus. Nur Sanjo darf mitspielen. Oh, danke schön. Das ist volljährig. Danke sehr, danke schön. Luisa Bennet, endlich mal ein normaler Name. Gucke mal. Den kannst du dir auch nicht bemerken. Danke schön, danke schön. Interessiert mich nicht. Luisa Bennet. Danke sehr für das Geschenke-Abo. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Danke schön. Ich schreibe das jetzt mal hier rein. Damit ihr das alle lesen könnt. Jo, bis dahin, Nina. Stimmt gar nicht. Hä? Wieso geht das nicht? Ist ja auch jetzt scheißegal. Weißt du, da darfst du ganz ehrlich. Da gibt es ja nichts. Hauptsache, ich gewinne, ja. Ey, was ist das hier für ein Fliegetier? So, wir müssen hier, Luisa, Luisa Bennet heißt die Dame. Ja, Mucke, Mucke müssen wir natürlich suchen. Selbst wenn jemand neben dir steht, quatscht sie dich an. Luisa Bennet, bist du hier? Ja, ich hasse dieses Level, ne? Ja, warum? Ja, ich mag es nicht. Ich bin doch gut. Ich bin gespannt auf das neue Haus. Luisa Bennet, bist du hier? Ich habe Aura? Ja, habe ich auch gehabt, ja. Luisa Bennet. Hungry. Oh, lecker. Luisa. Zeige dich. Also, hier piepelt nix. Luisa Bennet, bist du hier? In diesem Raum. Mit mir. What time is it? Einmal piep, piep. Drei. Hier ist Piepan 3, wo ich jetzt bin. Wo bist du? In dem Nebenraum. Da, wo die Bilder sind. Luisa Bennet, bist du hier? Wo bist du? Hier hat es gerade gepiepelt. Vielleicht auch auf der Rückseite. Hier. Hier hat Potato gesagt. Hier ist 20 Grad. Na, ist zu warm. Da hat es gerade gepiepelt. Hilfe. Luisa Bennet. Mach da einfach mal Licht an. Das ist gut für unsere Sanity. Wo das Weecher Board war, da hat es gepiept. Ja, weil da gerade das Ereignis war wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es ist zu warm. Hier, wir. Zwei, drei. Luisa Bennet, bist du hier? Oh ja, hier könnte es sein. Vier. Ja, macht hier irgendwas zu oder auf oder was? Nee. Ach, das war das Wap-Täter. Nein, ich habe die natürlich auch schon mal. Ja, ist zu warm. Aber es braucht immer ein bisschen, ne? Eine Weile, bis es richtig... Ja, 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 ja. Vier. Oh, hallo. Da war er gewesen. Hahaha. Er wollte mir seine Zwei reichte in ihren Inhalt. Oh, oh, oh. Was ist das denn hier? Oh, ha, ja. Das war die Nonnenbrüderschaft. Hahaha. Warte, wer war da? Wer war da? Bier. Was ist denn eine Nonnenbrüderschaft? Eine Schwesternschaft, Alter. Nein, wir müssen heute richtig korrekt sein. Ja. Die Nonnenbrüderschaft. Was weiß ich nicht in mir, Alter. Äh. Der Bissier geht ja hier nicht hoch. Jetzt haben wir nur noch zwei. Aber es ist wieder hier in einem Raum, glaube ich, ne? Ich meine Ahnung. Luisa Bennet. Luisa Bennet. Da drüber. Ignorier einfach die beiden Quatschhansels, Job. Luisa Bennet. Sag was. Los. Luisa Bennet. Ja, Alexa, wenn du Angst hast, dann musst du dich jetzt deiner Angst stellen und mitspielen. spielen so einfach auch das ist eigentlich das harmlos ja das jetzt alleine spielen würde ich glaube das werden noch heftiger also das ist dann ich glaube wenn er einmal die jump jetzt könnte hier werden ich habe zehn grad ausschlag oder ist vielleicht gut ja ja wo die fächer hängen ja aber hier ist wieder aus hier geht wieder nichts mehr ja aber hier geht die temperatur langsam runter der war gerade nur 20 grad ist jetzt schon auf jetzt geht es weiter fünf grad oh ja dann ist es hier zwischen fünf und zehn grad aber der hat jetzt gerade irgendwas gemacht guck mal hier in den großen raum noch mal rein dann vielleicht hast du den großen raum gemessen okay dann hier dann ist es hier ja aber hier geht es runter schon fünf grad ich weiß nicht ich stelle mal das ding auf was passiert hier was macht er hier stell schnell das zeug auf fach schnell ich hole mal die blaulichtlampe oder haben wir die dabei mir ich habe sie nicht dabei ich habe ja die staffelei abgestellt hallo luisa bennett bist du hier bei basti auch du kannst mitmachen bei dem giveaway gefriertemperaturen ja spiele gewinnen für steam kein fortneit basti also weil ich dir das gut was luisa bennett ja einfach ausrufezeichen give away reinschreiben und dann kannst du mitmachen luisa bennett die blaulichtlampe wollte es ja mache ich ja hätte einen kopf zum haare schneiden ich mache richtig mehr ich komme mit der lampe doch am bad genau du bist dabei du bist dabei luisa bennett wo bist du gefriertemperaturen ja habe ich gesagt ist denn jetzt hier auch keine fingerabdrücke mehr hier natürlich ja hier ist doch keine tür ja doch hier ist natürlich ganz dazu machen an kopf zum haare schneiden quatscht ihr denn auch wenn wir dabei sind ja haben wir extra so vorgelesen oder oder nicht ich weiß es nicht mehr wir haben bisher nur eine sache ne luisa bennett was willst du wo bist du ja danke schön danke sehr danke sie die abonnement die abonnement mach mal hier aus ich war hier was sehen kann luisa bennett sagt bitte war es ja mal ein bild oder die in die falle oder keine ahnung oder schwebt ja doch das habe ich gesehen jawohl luisa bennett sagt jetzt was schnell die hamburger sehen nix ich finde es lustig dass er das immer wieder zurückpackt der geist wirklich anständig ja 50 prozent ich komme ja ich komme jetzt danke sehr auch bender hat auch ein stufe 1 aber ich komme jetzt raus Mario und trailer auf das wer sind die toll vielen vielen dank das sind mit denen habe ich sogar tatsächlich schon gesprochen na guck mal den chat das sind echte menschen sind sie echt ich bin ein bord ich gehe mal eben tabletten holen ich gehe mal eben tabletten holen das weiß ich auch nicht dass man kann mal gucken ich habe google mal einmal bitte was die taschenuhr bei dem spiel macht der bot ist hat er auch gewonnen von dem sonderrechte so ich gehe jetzt hier mal mit dem ding ins dahin passiert gar nichts gerade nein wir haben nur ein ding jetzt ne ach komm soll ich jetzt mal so aufstellen das runde ding damit man das auf der kamera sieht oder geht das jetzt so hat sie denn mit dir gequatscht ne leider nicht luisa bennett bist du hier ich will dir jetzt hier nichts zum knorren machen kuma lass mich mal er belästigt mich schon die ganze zeit wirst belästigt wo bist du wo bist du bist du hier damit kannst du die todesohrzeit herausfinden das ist natürlich interessant normalerweise aktivierst du das mit mit linker maustaste oder mit e glaube ich wenn das nicht geht dann ist es wie immer verpackt luisa bennett jetzt sprich doch mal du schrumpel eule du schrumpel eule bist du hier ja luisa bennett was willst du mal ihr ein bild hier wo bist du zeig dich warum na toll prima muss das muss man das das ouija board irgendwie hinlegen oder muss man das in die hand ne in die hand ne in die hand nimmst du das und dann aktivierst du das und dann kannst du da doch eine frage stellen hallo hallo was war das denn was war das denn das sah ja interessant aus alles ohne hier hätte ich jetzt vielleicht die tasche nur in der hand haben müssen ne vierer ausschlag hier luisa bennett was ist los mit dir was stimmt mit ihnen nicht warum hast du hier eine auf arbeitsverweigerung alles klar danke du bloß was ist was was ist was was ist was was ist was oh ja super endlich mal und sie hantet oh nein spinnt der hut ich bin raus ich bin raus ja ich bin raus ich geh raus tschüss ja das ist nämlich der grund ich halte dich ja nicht eingesetzt hast du hast du keinen einsatz zu zeigen ich habe die ganze zeit den pieparen in der hand wenn sich das jetzt komisch anhört aber weiß nicht so so dann lass mal gucken ob wir irgendwas aus das geht ja ruckzuck runter hier ey das ist ja kacke können wir schon irgendwas auswählen also die geisteraktion esg können wir ausstreichen das ist gut ecoplasma kann noch sein geisterbox kann auch noch sein die staffelei aber das ist so viel passiert da drin ich glaube emf wird es schon gar nicht mehr sein glaube ich laut steben ding es kann noch sein ector plasma ja es schwierig so sagen müssen die tief noch mal rein weil wir haben nur zwei jetzt ne ja ich habe das jetzt aber so aufgestellt wir müssen die neue streamer ich darf nicht sterben wir müssen mal ich nehme nochmal die tablette wir müssen ich muss mal das ding umstellen dieses gemälde teil staffelei damit ich das besser sehe hat man ja nicht hat man kommt man hier nicht auch nacht sich dann machen bei dem ding ich glaube ich okay ich geh mal rein aber wenn ihr die so vor potatos äh leiche stellen würdest könnte man was sehen glaube ich du hast hier es ist ein vierer ausschlag auf dem emf ding bei meiner leiche also lustig uns nein das werde ich nicht tun das ganze vergessen das ist ja ein blöder geist das ist doch die tür geht auf es kommt einer rein das kennt nur den sanio sein ja wohl der spiegel hat wieder geschwebt hier so kannst du sie hinstellen sanio so sehen wir was dass ich hier als geist nichts machen kann das ist doof wenn es mal jemand auf den kopf schmeißen oder sowas kannst du das emf auch erkennen ja ich lege das mal so hin aber nicht über die boxen kann man ihm noch mal das emf und lichter mal ein bisschen weiter nach hinten und das muss ich hier mit dingen und ein ding dingen bist du beschmissen mit dingen jetzt licht dahinter sanjo jetzt sind wir nicht mehr jetzt siehst du nicht mehr so so liegt perfekt luisa bennett bist du hier ich glaube ich schon was soll diese frage da ein bild gemalt ja ja guck mal der steht daneben er kriegt nichts mit der kollega ich hab das doch pinseln hören ich sage reverend 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 aber macht keinen unterschied moment bei werben dann gibt es geht auch so stoffelei die katanas löse das geheimnis der gemälde in der katana pass mal auf meine sanity auf du hast ja nicht mehr so viel ok ich muss mich beeilen vielleicht habe ich sie auf 37 runterschaften du dürftest eigentlich nicht mehr runter gehen ich beeile mich ein katana teil habe ich ja schlägst doch dahin was ist denn weil habe ich bis jetzt der war gemein was der letzte der netz ist immer noch 69 63 geht der jetzt runter ich kenne diesen film gar nicht wo der ausschnitt daraus ist keine ahnung das sauber mit kindern finde ich auch mal ganz schrecklich auch ein katana gefunden die räumt wieder auf ich müsste eigentlich mit rein weil wir müssen auch noch die gemälde lösen ja du müsstest die sehen können oh gott ich finde nur das ist ich finde gar kein weiteres schwert mehr hier also ich habe jetzt drei ich sehe keine bilder an der wand komm mir jetzt mit rein wenn ich jetzt sterbe ist halt dumm gelaufen nimm salz mit kannst du dir das schnell das salz noch rum machen ich sehe keine bilder an der wand das ist ja doof sind ja auch gerade kaum bilder oder gar keine sind ja auch gar keine andere da gerade ach so sind ja drei ich habe katana habe ich fertig hast du fertig jetzt die bilder dann sagt man schnell an der toilettenmann ist normal das ist ganz normal mit dem buch nach rechts ok potato die bilder müssen jetzt hängen doch ich sehe die bilder toilettenmann nach rechts aber nur wenn licht ist und wenn da kein licht ist kannst du die nicht sehen weil du kannst ja nicht anleuchten hier ist auch ein bild ich sehe es aber nicht es ist ganz dunkel ja ja ich kann es nicht sehen ja du kannst die bilder nicht mehr erkennen nur wenn licht an ist sonja ja ich habe kein licht als dodo ja das ist da wenn ich gehe raus gibt ja auch xp punkte oder ich hätte auch wahrscheinlich gleich raus müssen ja es bringt ja nichts dass ich das mit den bildern fertig habe dauert so lange schaffe ich nicht ich komme nicht raus also der hat die tür versperrt hier jetzt geht sie auf hier also ein bild war nämlich hier wo das bücher board auch ist wo die ist der technik ja genau ich habe zwei bilder habe ich gefunden aber ich habe das noch 57 das werde ich auch nicht mehr schaffen das sind vier bilder drei habe ich jetzt gesehen es wird schon draußen alles gut weil wenn wir alle sterben dann kriegt man gar nichts glaube ich ja bis gleich ja wenigstens 25 und 850 geld 2427 dollar habe ich jetzt bekommen die versicherung ja versicherung ja cool aber nur zwölf xp der xp kriegt er nichts wer noch sterbt so an pilen habe ich schon mal reingepackt stativkamera fotoapparat jawohl